Zwei Münzen brauchst du Riki? Zwei Münzen! Wird Riki sie kriegen? Im Ballon Burst? Ich hoffe nicht, er muss gewinnen. Oh Junge! Oh Junge! Oh ja, das hab ich schon mal gewonnen. Bis mal weiß ich aber Bescheid. Komm schon Bowser, pump dich auf. Oh ja, er pumpt sich viel schneller auf als unserer. Du machst auch nicht bis es blinkt, Wollo. Ha! Scheiße! Ja, halt doch die Fresse! Yes! Zum einen mal dein hässliches Boot weghalten. Ein hässliches Boot? Ist das jemand ein buntes Boot? Nee. Ich kann mir einen zweiten Stern leisten. Umso mehr kann ich stillen. Jetzt. Wie soll ich den Key kaufen? Wahrscheinlich setzt er ihn jetzt da vorne ein. Nee. Oh, ich krieg gleich nen Stern. Das ist geil. Nice. Komm, random Stern hier drin. Random Sterne Block. Random Sterne Block. Random Sterne Block. Random Sterne Block. Da ist er? Nicht. Hallo Todd! Wie geht denn mit deinem Stern? Dankeschön! Das muss aber mal wieder ein bisschen günstiger für mich auftauchen. Oh, ich glaube der ist wieder direkt zu 10 Meter vorne. Aber ich glaube die CPU gewinnt diesmal nicht. Nee, einer von uns beiden auf jeden Fall. Da vorne ist er. Oh Gott! Hm! Günstiger geht es ja wohl nicht. Den könnte ich kriegen. Hoffentlich nicht. Aber du machst jetzt einfach eine Eins und Luigi zieht zusammen vorbei. So ganz sneaky. Ich habe noch den Dreier. Ach so. Der setzt sich aber nicht ein. Wird dumm. Oder? Luigi kann doch, ne? 10. Uh. Reicht nicht. Eine 10 hätte tatsächlich gereicht. Ja auch nicht. Nee. Ich hatte auch eine 9. Okay, ich dachte ich hätte eine 8 gehabt. Dachte ich auch. Ich glaube ich nehme echt den Dreier sicherheitshalber. Ich habe Angst. Vielleicht komme ich dann auch direkt zum nächsten. Aber da habe ich nicht genug Geld. Stopp. Oh, das habe ich schon mal gewonnen. Ist das dasselbe? Weiß ich nicht. Wie auch immer du das mit Glück gewonnen hattest. Muss man A drücken? Ich glaube ja auch. Aber diesmal ist es eine leichtere Strecke. Sieht zumindest so aus. Nee. Hä? Muss man es nach vorne drücken. Ach so. Oh Gott. Dadurch haben wir beide verkackt jetzt, oder? Nö. Ich habe das, äh... Scheiße, er hat mich gedreht. Komplett im Griff. Sag ich mal. Oh Gott, Mario fahr. Wenn ihr mir gefährlich nah rankommt. Ahaha. Easy win. Neuer Weltrekord schon wieder. Schon wieder. Easy. Rekord, nach Rekord, nach Rekord, nach Rekord. Gott sei Dank. Jetzt reicht es auch für zwei. Für zwei Sterne hintereinander. Na gut. Top, ne? Top, super. Gönne ich mir mal. Ne. 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 Ich kann keine Eins kriegen. Wie setze ich jetzt was ein? B. Der A sagt's. Dann kriegst du eine Eins. Vier. 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 Neun. Vierzehn. Naja. Naja. Scheiße. Aber du tattest ja jetzt so oft, dass du ihn nicht kriegen kannst. Kann passieren, ne? Aber dann bin ich auf jeden Fall schon ein Stück gelaufen. Das ist okay. Und? Dann komm ich als nächstes hin. Hätte ich... Ich kann mal vor... Na, aber das reicht das Geld nicht. Jetzt den Schlüssel hätte, ne? Ja. Shit. Ich jetzt genug Geld für beides hätte. Aber ich glaub selbst dann kommst du da nicht hin. Weil er weiter oben ist. Nein. So, komm mal auf die Karte. Wenn du durch den Dings gehst, kommst du sofort ran. Du bist sofort da. Guck mal, ich bin da oben. Hi. What's up? Willst du wirklich noch passen? Ja. Vielleicht schaffst du's ja nicht. Stell dir vor, du kommst nicht hin. Weil ich hab ja zu wenig Münzen. Uh. Du hast dich mal die Münzen. Ne, ne. Das kann damit alles anders. Ja, die kannst du aber 10 verlieren. Dann hast du auch gar keine Chance mehr sie zu kriegen bis dahin. Komm, was Ballon kannst. Ähm. Kann ich. Kann er. Kann er. Kann ich. Das ist, da musst du hinten... hast du hinten am Auto einen Ballon dran. Du musst ihn einfach kaputt fahren vom anderen. Du fährst also nach links und nach rechts. Ich weiß gar nicht wie du Gas gibst. Up, forward, down, backward. Okay, move direction. Okay, ist klar. Verstanden? Ich muss sie hinten erwischen. Genau. Okay, im Plan. Weg. Geh weg. Auf, forward... Auf, forward. Oh, komm. Oh. Jaaaaa! Oh Scheiße! Oh Mann! Aber beide gleiche Idee, einfach gar nichts fahren, ne? Nee, kann ich erstmal stehen bleiben. Schön mit dem Arsch an der Wand! Oh Mann! Fuck, jetzt komm ich noch rein! Ich brauch dringend 7 Münzen. Ja genau, auf die Konkurrenze die Hände dran! Was? Schön mit dem Arsch an der Wand! Ja! Na ja, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, wenn Ricky in der Nähe ist, ah schon eine Wand, ne? Das ist ganz klar. Oh, oh. Gut, damit hat sich das ausgeträumt, oder? Ja. Bist du behindert? Er macht's nicht. Vielleicht hat er gesehen, er kommt da doch nicht hin. Oh, 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 Scheiße! Nee, ich bin vor dir eventuell trotzdem da. Hm. Bombs away! Puh. Das bedeutet Bomben weg! Ah, okay. Du bist auf einer Insel? Du kannst springen und laufen, oder? Ja, ich seh's schon. Ich seh's schon. Okay. Wir haben mich doch am Ende nochmal gekriegt, ne? Oh. Wow, 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 oben, oben, oben. Wattsemann, wo ist das so? Ich glaub nicht! Scheiße! Oh. Wrong y Honor! Fick ihn! Fick ihn! Scheiße! Jaaaah! Egal! Ich muss nur höheren Würfel ganz so谢谢. Du hast keinen Dreierpilz mehr. Gott sei Dank. Ich bin vor dir dran. Okay. Ich bin vor ihm dran. Das sind 5 Runden. Jetzt schon. Okay, Donkey Kong kriegt was von ihm. Gerne Münzen. Das ändert nichts. Nee. Komm schon. Bleib weg. Bleib weg, komm an Stern. Oh Mann, ey. Erst wenn du kriegst, bist du weit abgeschlagen. Na, wobei, nee, dann hast du 3. Dann muss ich halt bis zum Geist genügend Geld haben. Oh, oh. Oh, ich muss doch ein ganzes Stück laufen. Nein. Ja! Da trifft man alle 3? Oh, nice. Spannend. Interessant. Jemand wird gerettet? Duel Minigame. Okay. What? What the fuck? Oh, du darfst ja ein Auto suchen. Ach, stimmt. Wenn 3 auf einem fällst, dann gibts ein Duell. Ach so. Dann kannst du jetzt für Münzen spielen, ne? Dann gehst du volles Risiko? Gehst du volles Risiko? Wirklich? Du weißt, was du machen musst. Sobald er Go sagt, musst du A drücken. Ich weiß nicht, wer den Knopf drücken muss. Ah, so. Das ist ein Fencing-Duell. Press A, B und Z-Buttons in der Order shown on the screen. Okay. Okay. Am Ende habe ich einfach nur alle Knöpfen gleich gehofft. Hahahaha. Nice. Komm schon. Oh, guck mal. Wen willst du noch mal klauen? Ja, warte ab, Reggie. Du hast kein Geld zu klauen. Warte ab, warte ab, warte ab. Du hast doch nicht mehr viele Runden, ne? Du hast auch nicht mehr so viel Geld, um zu klauen. Weißt du das? Da müssen wir hin. Okay. Ganz am Arsch der Welt. Da kommt keiner mehr hin. Doch. Bisschen Glück? Ja. Also du kommst nicht mehr hin. Ne, auf keinen Fall. Da haben wir schon bessere Karten. Hm. Oh. Hm, Münzen. Münzen für mich. Kriegen eh nur 48. Ich kann nichts verlieren. Ne, ich kann auch nicht verlieren. Ich hätte auch nur noch drei Münzen. Racking in. Hm. Warte, 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 warte. Nächster Part. Ja, auf jeden Fall. Nächster Part. Im nächsten Part. Vorher geht dir gar nichts.